Wir haben zwei Grabs. Gefühlt minus zwei. Es geht los. Are you ready? Ja. Fünf zu ihm. Digga, wo gehen wir überhaupt hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt nach Augen. In den Jugendkreis. Und werden da die ersten Trotz machen. Einmal kompletter Durchlauf des Songs. Und rollen bis zum Kick. Dann fünf. 395. Wir fahren bei dem Wetter jetzt. Dredet einmal hier. Geh immer aufs Hochhaus. Schönes Ding. Bei dem Wetter jetzt müssen wir nach Augen fahren. Also das sind ungefähr 10 Minuten. Das ist halt echt ekelhaft. Das geht. Das ist unser Fahrer. Jotti. Ja. Einmal in die Kamera drauf. Oh hell no man. Nein. Nein. Haltet nicht. So ist er nicht. Ja. Okay jetzt. Okay also dieser Übergang, der war schon bodenlos. Der war schon bodenlos. Okay jetzt. 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 Das ist super. Nein. Das ist super. Er hat eine Arbeit die er machen muss. Du musst auch vloggen, wenn ich nicht weiß was du vloggst. Also du vloggst eigentlich die ganze Zeit. Ja das mache ich doch gerade. jetzt. Perfekt. Ja. Ne. Jetzt. 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 Das ist alles. Ganz 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 viel klären. Ich bin jetzt nicht mehr losgemacht. Let's go. So wird jetzt auch was gemäht. Ja. Also folgendes. Brauch ich. Was brauchst du? Leute? Findest du schön? Ja ich nicht gar nicht. Nein. Nein. Ich weiß nicht, null. Überhaupt nicht. Ja, das war's wieder. Irgendwann. Okay, okay. Das will ich nicht haben. Kurze Rude vor. Auf die Toilette. Hier wurde schon so oft geklautzt, das glaubst du mir. Wow. Okay, lieber. Jetzt seh ich wieder behindert gut aus. Ich will das weiße Flackerlicht haben. Bitte, Papa. Ich will das weiße Flackerlicht haben. Sieht man überhaupt was? Sieht man meine Umrisse? Doch, man sieht deine Umrisse. Man sieht deine Umrisse, aber mehr halt nicht. Okay. Also, ich muss jetzt kurz diesen Song schicken. Oh mein Gott, du hast ein bisschen rausgegangen. Zwei Minuten lang, bis der Track, bis der hier drauf ist. Seht man das hier schön auf der Kamera? Ja, das sieht man. Bis der drauf ist bei ihm. Lass mal kurz hoch. Ja. Komm mit. Cheers. Ich will jetzt schotten, hallo. Ja, wir haben schotten. Jetzt kommt der richtige Vlog. So. Schottglas. Du, wir haben schotten... Am Schluss, oder? Ja... Ich mach die Gange, Leute, gib mir das weiter. Ich hab's raus, nicht drauf und mit dir auf die Runden. Ich hab's den Augen verhaut, aber ich fühle mich sehr, dass es geht wie mein Arme. Es ist auch wie mein Epi, ich hab keine Arme. Ich hab's... Ich hab's... Okay. Okay. Showtime. Ey, du hast es aufgenommen. Ich hab alles die ganze Zeit aufgenommen. Das wird gepiept. Das wird so gepiept. Nein, schade. Don't drink and drive, sag ich immer unter der Woche. Drink and drive. Aber wir müssen noch arbeiten, deswegen. Nein. Ey, komm. Also jetzt nochmal zum erklären. Wir machen insgesamt drei Durchläufe. Das Lied wird hier dreimal laufen. Nein, aber das war jetzt schon das erste Mal, gell? Nein, nein. Das war der... 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 Das wird jetzt viermal aufnehmen. Erste... Erste Version. Du bist da... Du... Vor allem du bist auch die Kamera... Nein, nein. Du kriegst meinen. Achso. Achso. Okay. Ja, das war auch... Ja, wir wollen weiter. Beim ersten Mal... Da schwenkst du einfach... Die... Läufst... Die ganze Zeit um mich rum. Die ganze Zeit um mich rum. Und du schreit dich an, digga. Boah, nein, digga. Schreit dich wirklich. Ich schreit einfach jetzt. Ah, du schreit an und knall durch. Wirklich. Okay, und der zweite Version ist... Eine Version, wo du einfach nur... Die ganze Zeit um mich rum gehst. Bisschen ranzoomst. Bisschen rauszoomst. Und ich mach einfach nur irgendwelche Gang-Silence. Die ich selber nicht verstehe. Ja. So wie es halt immer läuft. Gut auf Lohn. Ähm... Sehr gut. Und die dritte Version ist einfach... Kompletter Freestyle. Okay. Also ich mach... Äh... Ändert es sich irgendwas für mich? Was geht? Was habt ihr da drauf? Ein... Ein bisschen Spezi. Zum Mische machen. Mit der Brille. Ja. Für mich... Für dich ändert sich nur... Ey, lass dir lobst. Ja. Ich lock. Nein, kannst du nicht? Komm. Ja. Ich hab alles erklärt. Schau mal. Du läufst... Beim ersten Mal läufst du einfach nur um mich herum. Okay. So wie sie es rein. Ey, Finn, die teilen wir. Teilen wir. Teilen wir. Ja, digga. Die zweite Karte von Leonard ist voll. Deswegen ich mach den zweiten Vlog. Wir haben gerade einen zweiten Durchgang gemacht. Und der Dreh ist wieder hier. Was? Was? Kameramann wird abgelöst. Ja. Mach den nochmal. Ja, ich bin... Happy Lappy, wenn ich jetzt filmen werde. Hä? Happy Lappy, aber Happy. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, du weißt doch. Du weißt... Das ist genau in dem Moment ein paar Shots einblenden von gestern. Jetzt kommt der richtig zu Fall. Deswegen warten wir bis der Bild ist. Okay. Easy. Der Kopf ist weg. Der Kopf ist weg. Genau jetzt. Genau jetzt. Klickt auch bitte oben auf die Beschreibung. Seht euch das nächste Video an. Ach du Scheiße. Abonnieren nicht vergessen. Eigentlich soll ich die ganze Zeit auf dieses Bild-Ding drücken. Damit ich... Sei so dumm. Junge, ich geh direkt in diesen YouTube-Film rein. Das liegt jetzt gleich mit der Drohne. Die Route hoch zum Hofhaus. Damit wir schon mal sehen, wie es ungefähr aussieht. Somit ich es bewunteilen kann. Egal was du sag, bist du deine Ich. Ist mir egal was du hast, weil ich... Wir sind egal ob der Druck auf ihn. Scheiße, das ist egal. Wir sind egal. Wir sind egal. Wir sind egal. Wir sind egal.